Liebe Zuschauer, in den vergangenen sieben Tagen ist wieder einiges passiert. Darüber möchten wir euch auf dem Laufenden halten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge DZ News. In Nordrhein-Westfalen hat sich ein Fuchs am gestrigen Dienstag wortwörtlich in eine Scheiß-Situation manövriert. Reinicke war in eine Güllegrube gefallen und kam von allein nicht mehr heraus. Feuerwehrleute, ein Tierarzt sowie Jäger rückten an. Ohne Gegenwehr ließ sich der Rotrock schließlich befreien. In Berlin-Tegel hat ein Keiler einen Rentner sowie dessen Hund angegriffen und verletzt. Der Erdelterrier scheuchte den Bassen aus einem Gebüsch, woraufhin die Sau direkt angriff. Als der 73-Jährige seinem Vierläufer helfen wollte, verletzte der Keiler den Mann am Oberschenkel, wie bzberlin.de berichtet. Und wir bleiben in Berlin. Einen ungewöhnlichen Unterschlupf suchte sich ein Fuchs in Berlin-Mitte. Wie bild.de berichtet, war der Rotrock durch ein Fenster in eine Wohnung in der vierten Etage geklettert. Dort angekommen, genehmigte sich der Fuchs einen kleinen Imbiss in der Küche. Nach 20 Minuten ging es dann wieder zurück, diesmal jedoch durch die Haustür. Nach dem Zaunbau in Tschechien planen nun auch die Polen an der Grenze zu Ukraine und Weißrussland einen Zaun zu bauen. Damit soll eine Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest verhindert werden. Insgesamt würde der Zaunbau mit 30 Millionen Euro zu Buche schlagen. Wie Sputniknews.de berichtet, soll die Barriere 729 Kilometer lang werden. Für ein Reh ging es am vergangenen Sonntag mit einem Tierrettungswagen in die Klinik. Das Stück hatte sich in einem Gitterzaun verfangen und kam nicht mehr frei. Feuerwehrleute retteten das Stück daraufhin und übergaben es der Besatzung des Tierrettungswagens. Und zum Abschluss noch etwas in eigener Sache. Noch bis zum Ende dieses Monats läuft auf unserer Homepage ein Gewinnspiel anlässlich der bevorstehenden Rotbildbrunft. Neben einem Jahresabo gibt es zahlreiche weitere Preise zu gewinnen. Also schaut vorbei. Das waren die wichtigsten Meldungen der vergangenen 7 Tage. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin. Weitmals heil. Weitmals heil.